Im Rahmen des Unternehmerstammtisches im Landratsamt Neumarkt gab es am Donnerstagabend einen Erfahrungsaustausch regionaler Unternehmen zum Thema Digitalisierung. Dabei wurde auch ein neues Online-Job-Portal vorgestellt, welches der Landkreis aktuell entwickelt. Auf der Plattform sollen später regionale Firmen Stellenausschreibungen präsentieren und gezielt Fachkräfte ansprechen können. Auch eine Bewerbung der Unternehmen mit Videoinhalten ist angedacht. Der Verwaltungssenat der Stadt Neumarkt hat 200.000 Euro für ein Mehrzweckgebäude auf dem Wolfstein bewilligt. Schon seit mehreren Jahren ist ein kleiner Neubau an der Burgruine im Gespräch, welcher jedoch aus verschiedenen Gründen bislang nicht realisiert wurde. Der alte Sitz des Wolfsteiner Geschlechts gilt als beliebtes Ausflugsziel. In dem geplanten neuen Gebäude sollen unter anderem archäologische Exponate ausgestellt werden, welche vor einigen Jahren auf dem Gelände gefunden wurden. Auch eine Toilettenanlage ist angedacht.